Er hat sich ankündigen. Er hat sich ankündigen. Bei der DSL Open Air Tour habe ich ihn, glaube ich, auch geholt. Und da hat er auch... Ja. Irgendwas war da. Da war es aber schon lange her. Ja. Aber es ist gut gemacht. Sehr gut. Das ist so Hardcore-Band, ist aber jedem Konzert dabei. Ach so. Ach so. Na ja, vielleicht geht es ja öfter. Kommt ihr aus Leipzig? Aus Gerhard Thüringen. Seid ihr da öfters in der Ecke? Leider nein. Na, schau mal. Ganz toll. So, meine Lieben, ich komme mal runter zu euch. Wie rennt euch der Schädel schon? Ja, ne? Wenn ich jetzt Wasser dabei... So, jetzt sind alle abfühlt. So, möchte ich noch was wissen von den beiden? Ich komme mal runter hier. Dann dürft ihr Fragen stellen. Und eine Runde. Was will ich jetzt sagen? Ich bin schon verheiratet. Ich bin liebvoll und verheiratet. Hör mal an. Wollen wir hier? Wollt ihr es am Kinderhaar oder so? Sie? Hör mal an. Sie? Hör mal an. Hör mal an. Hör mal an. Was möchtest du wissen? Äh... Hör mal an. Guck mal an. Ja, so. Wir machen jetzt gleich. Kicken wir... Autogramm. Und dann... Eventuell einfach... Hör mal an. Wenn wir alle so kriegen mit Autogramm. Und wir dann ab. Wir sind halt fertig. Mal schauen. So, aber jetzt sind wir erst mal hier. Wollt ihr noch was hören von den beiden? Ja! Untertitelung des ZDF, 2020